Und jetzt an möchte ich nur noch so eingeflogen werden. Ich auch. Sehr schön atmosphärisch. Oh, ja. Krieg ich bestimmt wieder von der Verwarnung von YouTube, dass da Musik läuft, die ich nicht bezahlt habe. Ich glaube, was du machen kannst, ist, du lässt diesen Abschnitt des Videos einfach ein bisschen langsamer brauchen mit einer Zeitrucke. Funktion. Ah, okay. Also ich finde nur ein bisschen, da hörst du kaum den Unterschied, das eine, dass du so einen Top-Mannsack kommst, da kann man schon noch ein bisschen. Ja, da findet das alles. Weil man hört, das sieht nur so leise. Ja. Das stimmt. Aber wahrscheinlich reicht das schon wieder, als YouTube es hört. Wir müssen ja das ab, ist das irgendwie ein U-Schrauber-Menü oder so? Das ist ja auch Vietnam gekommen. Ich höre nur Windgeräusche, gar nicht, der U-Schrauber-Mannsack. Das ist total laut. Das ist ein bisschen ein bisschen, aber ich kann ja jetzt mal den Rennröger-Mannsack. Und dann kommt der Rennröger-Mannsack. Beim Absetzen. Und den westlichen Teil. Und dann kommt der Rennröger-Mannsack. Einmal beim Westen. Und dann kommt der Südring. Und raus an der Wann. Kämmer am besten ist frei Aus Scharfschützen-Team hier actual kommen Bestätige Herstellung der Verbindung kommen Verbindung ist gut wenn gerade kein Feuergefecht ist wir haben gerade ein BTR Sagten sie sie haben ein BTR gesichtet kommen Negativ bekämpft Sogar erfolgreich stellt momentan keine Gefahr Besatzung ist ausgestiegen Fahrer ist flü- Da haben wir ein bisschen was, glaube ich, Nord-West und auch... Also sichern müssen wir Frini. Straight-Nord, aber ich denke, da ist viel. Die Scharfschützen sind auch schon mitten im Einsatz, die sind schon am Bekämpfen. Ja. Ganz kurz du oder Kim, Squad-Lead oder Fire-Team. Fire-Team hat Kim, ich mache Gesamt-Lead, aber halte mich eigentlich zurück. Okay, das heißt, Kim sagt an, wie wir reingehen, ja? Ja, genau. Okay, meine Damen und Herren. Ähm... Maruso, Schallye ab. Orange, Schallye ab. Ganz drauf. An welcher Position ist das Scharfschützen-Team jetzt? Das Scharfschützen-Team befindet sich an Position... Ah, ich hab's. Oberrutsch, ja. Was haben die für einen Rufnamen? Äh, Scharfschützen-Team hier, Actual, common. Achso, ich kann dich auch selber fragen. Scharfschützen-Team, sie müssen einmal ein Reconnect machen und ich bräuchte einmal den Namen ihres, wie ihr Team heißen soll. Kommen. Äh, Standby-Telefon, der Kollege... Also, Jungs, LaRosso? 800. Alpha vom Scharfschützen-Team. Bitte komm. Nee, ich kann's knicken, 800, da brauchst du einen 50-Kaliber für effektiv. Es ist schön weit draußen, aber so wie es aussieht, sind die ganzen Mauern auf den Weg hin. Lisa, bis Nummer 2. Hast du ummelde Sie auf der 50 an? Hallo, Christopher, ähm, hier ist Kim. Squad Lead Alpha, sag mal, äh, Entschuldigung, Korrektur, Team Lead Alpha. Was ist denn euer Rufzeichen? Ist okay, es könnte schlechter sein. Overwatch, einfach. Okay, Alpha für Overwatch. Ähm, Frage, habt ihr eine Idee, wie man am besten in die Stadt reingehen soll? Ihr könntet einfach aus dem Süden angreifen. Die Stadt hat sich auf uns konzentriert, wir sind im Norden, haben ganz schön Feuer abgekriegt. Okay, könnt ihr noch durchhalten? Check, wir haben den BTR ausgeschaltet. Na na, dann sag ich mal bis gleich, wir ziehen gleich los. Check, äh, Overwatch Ende. Okay, ist irgendjemand von euch nicht auf der 50 als Alternativfrequenz? Ja, hier, ich. Ist okay, ich kann's. Channel switched. Channel switched. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die eindrehen, das ist ganz nützlich, da muss ich nicht alles doppelt sagen, aber jeder, wie er will. Ähm, im Endeffekt, wir können von Süden rein, die Gegner konzentrieren sich gerade alle um unser Scharfschützen-Team und wir sollten deswegen jetzt auch mal langsam los. Ähm, Isa, du kannst auch deine Position verlassen und mit hier nach Norden kommen. Ich hab aus dem Hubschrauber noch eine Kiste mit Raketenwerfern, also eventuell solltet ihr da ein, zwei von mitnehmen. Hat noch irgendjemand Platz für einen Raketenwerfer? Äh, mich könnt ihr eins mitnehmen. Mach. Pass nur auf, dass er nicht über 45 Kilo kommt, ja. Ja. Das ist eigentlich egal, überall sind die Mauern. Geht gerade in Mauern und Bäumen am optimalsten entlang gehen. Da haben wir jetzt nicht alles sehen. Dann haltet ihr euch links, aber nicht die Hauptstraße überklären, die hier links an uns ist, ne. Ähm, und wir gehen rechts rum. Ich würde sagen, wir spüren uns auch direkt auf, dass ihr dann hier, ähm, Richtung des Waldes, halt quasi nord-nord-nord-nord-östlich, äh, westlich geht. Und wir gehen in den Wald nord-östlich. Ähm, da habt ihr dann auch noch eine Kirche nördlich und noch ein kleines Haus, wo ihr euch zu Not unterstützt, äh, Deckung suchen könnt. Und zu Not können wir euch dann auch helfen, falls es da ein bisschen Amazammer gibt. Ähm, jetzt machen wir umgekehrt. Ihr geht rechts in den Wald und wir gehen links, weil wir sollen ja nach vorne gehen. Ja, ist auch noch ein Wald dran, ne. Gut. Okay, auf geht's. Hallo, ausgerüstet. Ich mach eins, der Russo zwei, der Russo zwei, weil das muss ich schon mal euch erklären, was es lang geht. Auf geht's. Eins geht. Ich erzähl kurz, wo du... Kim, ich laufe euch hinterher. Nein, ich geh. Alles klar. Okay, ab. Dieser, zwei, Big Buck, drei. Parallel zum anderen Team, die nach links um uns, ca. 100, 200 Meter. 12. Lüft. Big Buck, deine drei läuft. Ja, ich weiß, der ist ein scheiß Basti, Mann. Eins bitte in Zukunft angewöhnen, Überfunk alles zu sagen. Manchmal hören die Leute das nicht. Danke. Ähm. Frage an Arze, sollen wir unsere Frequenzen auch nochmal aufteilen? Wir holen die 101, bleibt die auf eurer. Alles klar. Dann machen wir mal kurz Halt, dass wir die Frequenzen anstellen können. Oh, man. Das ist nochmal der Halt, ne? Was haben wir jetzt für eine Frequenz? Wir haben 100. Die da drüben, die haben 101. Mach das ticklöse. Das war ich, sorry. Okay, ähm... Rot für Orange. Punktes. Okay, wir gehen dann noch weiter. Okay, Jungs, wir gehen weiter. Ich bin schon losgelaufen. Zwei Luft. Zwei Luft, gut Bewegung. Ich bin schon losgelaufen. Ich bin schon losgelaufen. Vielen Dank. Okay. pee... ich meine gerade Gefechtsgeräusche gehört zu haben ja ja das habe ich alles nicht so genau genommen sie ist ja auch hier ein offenes Feld YOLO, ne? Aktion an alle, auftrag ist es im umkreis von 50 metern um die markierung in der stadt alles feindfrei zu halten Geht doch leise, dass wir die anderen nicht sterben Overwatch verstanden Overwatch, hier Actual, kommen Können Sie Feinde im CTab markieren, bzw. sehen Sie derzeit welche, kommen Back-Rechts Positiv werde und 3 Feinde markieren Standby Kim? Ja? Es werden jetzt im CTab Feindmarkierungen von den Scharfschützen markiert Ah cool Danke Wollte Sicherheitsklär Bist du auf der 50 auch drauf? Ne, negativ, ich habe ja nur 2 Frequenzen Jetzt hätte ich gerne so große Funkgerät noch, hätte ich alle 4 bedienen können, naja, egal Ähm, wir sind auf der 100, ne? Ja Das andere ist auf der 101 Ja, kommt ihr wieder raus? Ist schon los? Ja, ich habe heute verlassen, Gebäude gesichert Okay Isar, geh mal mit Isar, BigBug, habt ihr euch die 101 als Alternative mit eingedreht? Negativ Mh, auch negativ Ja, geh mal mit Okay, könnte das nicht machen, dann muss ich nicht alles doppelt sagen, das wäre ganz gut wegen der Koordination zwischen den Teams Oh, wie dumm, was ist das schon wie... Das ist doch so... Ruhig, ruhig, ganz ruhig Ganz ruhig Ganz ruhig Durchatmen Ja komm, geh hier, ich deck Eigentlich noch ein bisschen vor mich hin flog Sag dem Bescheid, wenn ihr es eingedrückt habt Oder gib einfach einen Funkcheck Beep? Ja rot orange von ihnen aus 300 320 grad ca 250 bis 300 meter am hügel vier vier mann patrouille blickrichtung nordwesten unaufgeklärt actual an team bravo kommen wie heißt das andere team weiß das jemand von euch actual an team orange kommen können sie feindliche gruppen beziehungsweise einheiten im ctap markieren kommen und drücken sie bitte eine sekunde länger die funktaste kommen auch orange markiert jetzt feindliche einheiten im ctap gucken sie schneller vor wenn sie noch was abhaben wollen die kommen gerade auf uns zu anmerkung der scharfschützen wenn sie noch feinde abhaben wollen sollen sie angreifen weil derzeit wird die position der scharfschützen angegriffen was die position der scharfschützen wird angegriffen ja dann sollten wir das mal hin oder wollte die jetzt ein bisschen schneller vor ok machen wir ok jungs wir ziehen weiter rot für orange wir gehen jetzt direkt richtung norden check zieht er ey ohne alles ohne nix ja rot hier orange so verstanden bitte westlich die gegner 200 meter auf dem hügel auf dem hügel und mein waffel ist gesichert 1 2 wird weiß 320 grad direkt auf dem hügel mittlere höhe vierer patrouille guckt nicht in unsere richtung aufpassen ich gebe ein rpg schütze ist dabei ja aber ach ich hasse den typen ich hasse ihn einfach ich glaube die haben irgendwas gesehen team orange feuer status ist gelb oder beziehungsweise bei euch nach eigenem messen f LINK die einweiter die einweiter Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, wake up!